ich werde also ich kann mich ja nur noch nicht was du sagst ne ne ist richtig aber ich werde hier gerade überhaupt nie drauf schlau weil castle full of life das einzige was du hast ja da steht ein tonspieler den klicke ich halt an und dann sagst mir halt genau das und ansonsten sehe ich halt nur die bühne mit dieser szene die du da aufbereitest ist da noch irgendwas anderes bei dir also bis auf den plattenspieler das ist es eben also ich habe rechts und links im tor und dann komme ich halt dadurch auf die hauptbühne und auf der bühne sind halt sozusagen drei solche schlitzer rechts und links weil die schiene und das wurde halt die ganze zeit die sache hin und her schiebt und mittig genau davon ist dahinter eine kleine klappe die kann ich aber nicht aufmachen ich habe bei mir vor den hebeln habe ich so eine klappe ja drückst du oder worauf war das du so eine kleine klappe die sache hin und jetzt hat sich das geändert jetzt hat sich mein buch geändert echt jetzt ja ich habe jetzt ein anderes buch warum haben wir denn kein checkpoint im der dingstheater also katzenohr oder warte ich laufe mal gucken ob es geht wie vorhin das bleibt gleich okay geht nicht also warte mal doch jetzt habe ich jetzt habe ich es ändert sich jedes es ändert sich jetzt jedes mal das buch her okay welches haben wir denn jetzt also ich habe jetzt so einen katzenkopf und unten strich dass sich das ändert also katzenkopf und dann einfach nur ein strich nur ohne körper ich habe kein anderes buch also es muss jetzt das eine buch sein was ich habe sonst habe ich jetzt mit so einem katzenkopf und strich äh hörst du mich noch ich höre dich ja aber bei mir ändert sich das buch ständig hallo deswegen hat es bei mir kurz gegangen bist du gerade noch mal gestorben ja und mein buch ändert sich jedes mal wenn ich sterbe ja deswegen nehme ich ein anderes buch gut jetzt habe ich ja so einen katzenkopf mit katzenkopf so einen körper meinst du torsten die machen das so habe ich so nächstes ist es sieht aus wie ein raumschiff mit und mit kringeln ja alles gut gibt es nur einmal danach habe ich so einen mannig kicken also um normaler kopf dann geht es gerade runter dann hat er unten so ein affenschwänzchen ja und dann hat er irgendwie so einen bogen noch mal durch den körper also sind der ganz lange arme hätte die bis zum boden gehen ich habe das buch also das ist schon ja dann los weil du fängst am besten an läuft bis eine stufe vor dem ende jetzt gehst du zwei schritte nach rechts ja dann gehst du ein schritt nach süden dann gehst du bis ganz an die östlichste wand und dann kannst du durchlaufen bis zur tür stehst du schon hier vorne und kannst nicht rüber laufen bist du bereit ich bin immer bereit ok dann gehen wir zu deiner schallplatte ich kann ja nichts machen ok ok der once was a careful filled with life mehr habe ich nicht also erstmal den torbogen oder was ja ich würde sagen du musst dir mal kurz helfen das müsste der sein oder na du musst dir erst eine weile schieben ja wir müssen szene für szene machen ja also ich schieb dir jetzt erstmal den torbogen hin hörst du mich gerade? jetzt höre ich dich wieder ok das erste was du geschoben hast war der könig jetzt hast du gerade eben den torbogen ja lass uns erstmal die szene machen ok der ist in der mitte angekommen ok muss ich vielleicht die prinzessin noch zu dir bringen das kann sein prinzessin und wahrscheinlich dann hinten die familie noch das ist der blutrünstige könig den brauchen wir nicht was ist das? das ist gerade der blutrünstige könig den brauchen wir nicht ok da kommt die prinzessin die muss noch weiter jetzt müsste sie da sein das muss jetzt die familie sein da kommt die familie mit dem clown was für ein clown ne so die ist auch wichtig ich bin ob wir erst bloß den torbogen und die familie mit klauen nehmen sollten weil der könig ist auf der linken seite und ist auch von familie und prinzessin weg und die prinzessin ist auf der rechten seite und weg von familie und klauen und topo ist richtig oder? ja so können wir mal probieren ob das jetzt geht ja ok das erste schien zu funktionieren ist das richtig ja blut ich keine Ahnung sein das ist egal ok jetzt könig und prinzessin ja ein bisschen beeilen wegen diesem komischen Fee was ihn dann zuneckt mach mal den könig hab die prinzessin noch das hier oder? das müsste die prinzessin sein oder? ja ist gut jetzt vielleicht die szene wechseln wenn schon geht ne dann höre ich nochmal rein was noch da kommt und da live a king with a wife das ist jetzt die frage ob wir jetzt den taubogen jetzt nochmal dazu stellen müssen ich finde die musik voll entspannt ne? dieses spiel oben das ist ja und es ist ja dann ist das das ist das okay und jetzt so? alle hinstellen nochmal außer dem blutkünstigen König? ok ich würde das auch kennen sehen dass so passiert wie das aussieht und so alle hinstellen bis auf den blutrünstigen kippung ist da könig ist auf dem weg ist jetzt auch da prinzessin ist auf dem weg und jetzt da jetzt nochmal die familie da hinten ran das die da war das der könig bin ich mir für uns sicher ne das war der blutrünstige könig okay so in der mitte ist der blutrünstig haben wir ja kannst du und jetzt gute frage ich schau mal ob jetzt die luke bei mir nicht until the king kills all good das heißt wir müssen jetzt glaube ich den könig wegnehmen und den blutrünstigen königin holen wie gut dass du schon spiel unterrichtet ist ja oder ich als bühnentechniker so ist da professionell kurbelin standing in blood also ich weiß jetzt nicht ob er alleine jetzt dastehen muss oder jetzt der torbogen also ob er alleine oder der torbogen mit ihm also im blut ne das ist die familie die musste weg denke ich die sind alle weg gerade jetzt hast du wieder hingestellt also die die bühne ist gerade leer wir brauchen jetzt halt den blutigen vielleicht noch den taubogen falls er dann noch nie reicht wenn er lehnte da steht das kann ich doch nicht wissen so blutrünstiger könig ist da ne hat wohl nicht geklappt mit ihm alleine ne oh oh meine sicht wird langsam ne 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 den blutrünstigen könig vielleicht noch mal weg das nur noch der normale könig jetzt hast du meinen könig ich stelle ich zervitifizierte und anerkannte professionelle bühnen kurbelin nee dann jetzt vielleicht noch mal den taubogen weg wahrscheinlich bin ich eher professionelle klickerin ist doch richtig oder nicht ja ist richtig jetzt nochmal szenen checken oh das hat funktioniert oh mein gott hat sich erschrocken oh gott du bist so klein im mikrofon steht du bist so klein du bist auch so klein hey nein ich bin kopf größer als du ich bin kopf größer als du hä ok bleib da stehen nein geh das ding zurück ich lass dich jetzt zurück mit deinem schachspiel du hast mich tatsächlich zurück gelassen ich weiß ach nein du wolltest dich vorhin darauf fahren wir hätten da einen stein hinlegen können oder so nö 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 und dann hab ich mich geopfert und hab ein deutsch bekommen jetzt müssen wir erfroren so ist jeder mal dran weißt du ich wollte mich vorhin tatsächlich für dich umbringen weißt du und jetzt hast du mich einfach so zurück gelassen bleib mit diesem komischen schloss bleib mit diesem komischen schloss ey oder wie schön ach guck mal es gibt sogar eine mütze von wie über hier die haben richtig gehört Nice. Das will ich aber auch erstmal durch mit Jubeln hier, ne?